Musik Es ist bei uns im Kundenservice auch extra auf das geachtet worden, dass wirklich der Lernpegel so niedrig wie möglich gehalten wird und deswegen haben wir die entsprechende Ausstattung dafür. Unsere Infrastruktur ist sehr neu. Wir haben in Teilen des Leves-Gebäudes einen Zubau gehabt und auch in bestehenden Bereichen einen totalen Umbau. Wir haben im Prinzip in unseren neuen Büroräumlichkeiten das Shared-Desk-Prinzip, wo wir wirklich sehr frei sind von der Arbeitsplatzgestaltung in Kombination mit unserem Mobile Working. Wir haben Bereitschaftskollegen, die in Bereitschaftsrädern arbeiten, das heißt 24 Stunden Tag- und Nachtbetrieb in der Bereitschaft und das spielt natürlich auch wieder ein flexibles Arbeitszeitmodell und wir haben im ganzen Team ein Gleichzeitmodell. Ich bin eine Teilzeitkraft, die wirklich ein Familienleben auch hat. Ich habe zwei Kinder und dadurch, dass die Leves mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich das flexibel einteilen kann, kann ich das auch alles unter den Hut bringen. Es gibt ein Mitarbeiterprodukt, das man gratis nutzen kann und was sicherlich auch sehr hilfreich ist, sind Essenszuschüsse, wo man doch im näheren Umfeld des Unternehmens essen kann.